Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe sehr sehr lange keine Videos mehr zu Altcoin-Projekten gemacht, aber dieses Video ist ganz speziell für jeden Einzelnen, der Airdrops genießen will und ich bin der Meinung, dass jeder Krypto-Holder auch immer wieder an Airdrops teilnehmen sollte und wie der Videotitel schon sagt, es geht hier um einen 1,1 Millionen Dollar Airdrop. Das heißt, ihr könnt hier wirklich gratis Token von einem Projekt bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in drei bis vier Minuten an diesem Airdrop teilnehmt, dann bleibt in voller Länge dran. Ich würde mich natürlich wieder wie immer über ein Like und ein Kommentar mit eurem Feedback freuen beziehungsweise abonniert gerne den YouTube-Kanal für mehr Infos und für mehr Videos einfach. Aktiviert die kleine Glocke, drückt auf alle, um nichts mehr zu verpassen und dann würde ich schon sagen, starten wir direkt rein. Genug Werbung gemacht. Viel Spaß beim heutigen Video. Boom! Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die mich nicht kennen oder einfach neu dabei sind, mein Name ist Alessandro. Ich bin immer der Host dieses Krypto-Videos und wir starten gleich direkt rein. Ich habe im Intro schon gesagt, es geht um einen 1,1 Millionen Dollar Airdrop. Für die Leute, die jetzt ganz neu im Krypto-Space sind, was ist ein Airdrop? Und zwar bei einem Airdrop bekommt ihr in nur wenigen Schritten Kryptowährungen oder Token hier eben in dem Fall geschenkt. Das Einzige, was ihr tun müsst, sind ein paar einfache Schritte, die ich euch heute wirklich Schritt für Schritt zeigen werde. Das heißt, ja, macht das auf jeden Fall. Gratis-Token sind Gratis-Token. Wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man einfach nicht ins Maul. Und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich direkt durch mit den Schritten oder mit dieser Step-by-Step-Anleitung. Und ja, die Website ist natürlich wie immer verlinkt. Es geht hier um das DJ Win Casino. Und ich werde noch einmal ein extra Video über das Casino an sich machen. Ich möchte mich heute in dem Video wirklich über den oder mit dem Airdrop befassen, wie der Airdrop funktioniert, wie ihr euch für den Airdrop qualifiziert. Und wie gesagt, Casino-Video kommt dann nochmal separat. Wie gesagt, Website ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn wir auf der Homepage dann sind, gehen wir gleich direkt hier auf Join Airdrop. So wie ihr hier sehen könnt, müssen wir nur zwei Dinge erstmal erledigen. Und zwar, wir müssen jetzt mal unsere E-Mail-Adresse einfügen und hier unsere Wallet-Adresse und das Ganze in der Binance Smart Chain. Nachdem wir unsere E-Mail-Adresse und eben die Wallet-Adresse eingefügt haben, ich habe jetzt hier eben meine Metamask-Adresse eingefügt, kommen wir auch schon, wenn wir weiter nach unten scrollen, zu den sogenannten Punkten. Ich werde euch jetzt erklären, wie ihr dann an dem Airdrop partizipieren könnt und wie das Ganze funktioniert. Also, take action, invite friends and earn token. Wer jetzt keine Freunde inviten will, ihr könnt auch ohne Freunde an dem Airdrop partizipieren. Und das geht folgendermaßen. Es gibt hier ein sogenanntes Punktesystem. Ihr seht, umso mehr Punkte man hat, umso mehr Token bekommt man bei dem Airdrop. Und zwar mit 12 Punkten bekommt man 100 USDO oder USD0. Diese Token kennt ihr schon aus dem alten Casino. Das sind Gratis-Token, mit denen man im Casino dann eben spielen kann. Und man bekommt hier mit 12 Punkten eben 3000 DGWin-Token. Mit 27 Punkten bekommt man schon 10.000 DGWin-Token. Und mit 62 Punkten 17.000 DGWin-Token. Als Airdrop geschenkt. Wie stellen sich die Punkte jetzt zusammen? Ihr seht, ich habe bis jetzt noch keine Punkte. Ich möchte das wirklich Step by Step machen. Und zwar ist es folgendermaßen. Jeder, der sich jetzt hier registriert hat, mit IML-Adresse und Wallet-Adresse, bekommt hier einen eigenen Referral-Link. Wenn ihr Leute über diesen Link ins Casino oder an dem Airdrop teilnehmen lasst, bekommt ihr 5 Punkte pro Invite. Ich habe aber jetzt schon gesagt, wer jetzt keine Leute einladen will, obwohl Freunde und Familie kann man sowas immer einladen, um eben mehr Punkte abzustrauben. Aber wer das jetzt nicht machen will, ihr könnt auch auf eure Minimum 12 Punkte ohne dem kommen. Und zwar, erster Step für 4 Punkte, Join us on Telegram. Wir gehen jetzt mal drauf. Wir gehen auf Join Group. Wir sind jetzt der Telegram-Gruppe beigetreten. Und wie ihr sehen könnt, haben wir unsere ersten 4 Punkte verdient. Und wir gehen jetzt weiter. Follow us on Twitter. Wir drücken wieder drauf. Wir gehen auf Twitter folgen. Wir werden mit Twitter verbunden. Wir gehen hier einfach auf den Follow-Button. So, nächster Step ist erledigt. Wir gehen zurück zu dem Airdrop. Ihr seht auch schon hier den Haken. Das heißt, das haben wir abgehackt. Die Punkte werden hier erst angezeigt oder erweitert, wenn wir die Seite dann refreshen. Wir werden aber gleich weitermachen. Und zwar Retweet us. Es kommt hier gleich eben der Airdrop-Tweet von DGNWIN. Nachdem wir hier oben auf Retweet gegangen sind, haben wir eben das nochmal geteilt mit unserem Twitter-Account. Und haben weitere 3 Punkte hier bekommen. Jetzt gehen wir auf Follow us on Instagram. Wir gehen hier auf Folgen. Wir gehen zurück zum Airdrop. Ihr seht auch hier, haben wir den Punkt abgehabt. Wir gehen jetzt auf Visit us on TikTok. Dies funktioniert auch für die Leute, die eben kein TikTok haben. So wie zum Beispiel in meinem Fall. Man muss nur auf die Seite von dem DGNWIN Casino auf TikTok gehen. Wenn ihr natürlich TikTok habt, ist es nicht schlecht, wenn ihr DGNWIN folgt. Aber für die 3 Punkte braucht ihr keinen TikTok-Account. Ihr habt es gerade bei mir gesehen. Und zu guter Letzt, subscribe to DGNWIN on YouTube. Das heißt, wir gehen auch hier drauf. Es ist wirklich ganz, ganz simpel. Ihr drückt nur auf die einzelnen Punkte. Es wird automatisch alles verbunden. Wenn ihr natürlich dann überall angemeldet seid und hier auf Abonnieren geht und so wie auf einen anderen Socials, dann dauert das Ganze wirklich nur 3 bis 4 Minuten. Ihr seht jetzt, wir haben alle Steps an dieser Stelle abgeschlossen. Wir refreshen die Seite noch einmal, um die Punkte zu aktualisieren. Und ihr seht, wir haben in 3 Minuten oder in 4 Minuten Arbeit 19 Punkte erwirtschaftet. Das bedeutet, wir brauchen nur mehr 8 Punkte, das heißt 2 Invites, um garantiert 10.000 DGNWIN Token zu bekommen. Wenn euch das Video und diese Kurzanleitung gefallen hat, lasst wie gesagt gerne einen Daumen und einen Kommentar mit eurem Feedback da. Ich würde mich natürlich auch gerne über ein Abo freuen. Wenn ihr euch über unseren Link registrieren wollt bei dem DGNWIN Casino oder an dem Airdrop teilnehmen wollt, unseren Ref Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das war es auch schon von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank für Ihren Support. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Ciao.